Ich bin Nils Matache, bin 15 Jahre alt. Ich bin Arne Halbisch, ich bin 15 Jahre alt. Ich bin Fallentip Zapf, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin durch meine größeren Brüder zum Turnen gekommen, weil die bereits angefangen haben mit Turnen. Am Turnen begeistert mich die Körperspannung, dann natürlich dieses Gefühl vom Fliegen. Die JWM ist eine hohe Verantwortung für mich, da man Deutschland repräsentiert. Vorm ersten Gerät bin ich immer richtig nervös. Und wenn ich dann das erste Gerät durchgeturnt habe, dann senkt sich die Nervosität. Ich glaube, bei der JWM werden die Chinesen und die Japaner sehr weit oben dabei sein. Ich habe mir bei dem Wettkampf in Gale vorgenommen, einen guten Wettkampf abzuliefern. Und vielleicht schaffe ich an einen oder anderen Geräten ein Finale. Und jetzt habe ich den